Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video nehme ich komplett spontan für euch auf. Ich bediene mich an Stockmaterial, das ich bereits gefilmt habe. Vielleicht entdeckt ihr einige Uhren, die ihr schon kennt. Vielleicht entdeckt ihr auch etwas Neues. Mir geht es jetzt prinzipiell darum, das Thema Hype-Uhren und meine Meinung dazu mal zu besprechen. Der Anlass ist, dass ich in den letzten Tagen immer mal wieder mit Leuten darüber gesprochen habe. Ich habe auch Mitte des Jahres schon mal einen Blogbeitrag veröffentlicht, Mitte des Jahres 2021, muss ich ja jetzt dazu sagen. Und ja, möchte das Thema jetzt einfach nochmal in Form eines kurzen Videos aufgreifen. Falls euch solche Meinungsvideos und generell Videos rund um das Thema Uhren interessieren, schreibt mir gerne einen Kommentar, liked gerne das Video, lasst ein Abo da und wenn ihr mögt, aktiviert auch die Glocke. Letztendlich ist es so, wir müssen erstmal definieren, was ist eine Hype-Uhr. Eine Hype-Uhr ist in der Regel eine Uhr, ein bestimmtes Modell oder vielleicht sogar auch eine bestimmte Marke, deren Modelle fast alle unter diese Kategorie fallen, die ein besonders hohes Ansehen in der allgemeinen Bevölkerung genießt. Also meistens sind das relativ teure Uhren, die häufig ein gewisses Prestige mit sich bringen, die auch eine gewisse Wertsteigerung oder zumindest ein Werterhalt mit sich bringen. Und wo im Prinzip die verfügbare Ware knapper bemessen ist als die Nachfrage. Das heißt, man kommt kaum an diese Uhren heran. Ein Beispiel dafür ist die Rolex Daytona oder auch die Rolex GMT Master 2. Da gibt es noch etliche weitere Beispiele von Patek, von AP und so weiter und so fort. Was macht denn diesen speziellen Reiz dieser Uhren aus? Soweit ich das beurteilen kann, ist es einfach dieses Gefühl, etwas Besonderes am Arm zu haben. Etwas Besonderes, das nicht jeder hat und nicht jeder haben kann. Zum einen wegen des hohen Preises, zum anderen wegen der fehlenden Verfügbarkeit. Das heißt, entweder ich habe gute Beziehungen zu einem Konzessionär und kriege die Uhren zum Listenpreis oder ich muss einen immensen Aufschlag zahlen und die Uhr auf dem Grau- oder Gebrauchtmarkt kaufen. Häufig ist es dann so, dass auch diese Uhren eben sehr viel Prestige haben aufgrund der eben genannten Punkte und aufgrund der langen Historie beispielsweise der Marke und der oder die Träger, die mögen das. Ob man die Uhr dann nur für sich kauft, da gibt es Liebhaber, die einfach diese Uhren mögen oder ob man die Uhren einfach so kauft, um ein gewisses Statussymbol am Arm zu tragen. Das ist verschieden. Ich persönlich finde es immer schade, wenn man eine Uhr trägt, um anderen zu zeigen, dass man irgendwas erreicht hat, sondern man sollte Uhren prinzipiell einfach für sich tragen, weil man Spaß daran hat. Das also sind Hype-Uhren. Im Uhrenmarkt ist es ja so, es gibt zig verschiedene Marken, kleinere wie größere und alle kann man nicht abdecken. Das heißt, früher oder später wird man für sich einen Fokus auf ein bestimmtes Uhrensegment legen und sind das beispielsweise die Hype-Uhren, gehen einem viele Indie-Brands und viele Mikro-Brands flöten. Umgekehrt, wenn man sich auf die Mikro- oder Indie-Brands eben fokussiert, dann gehen einem im Zweifel die Hype-Uhren flöten, wobei da so viel Wind drum gemacht wird, dass man fast gar nicht drum herum kommt, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ich persönlich finde Hype-Uhren prinzipiell nicht schlimm. Das sind mal oft oder was heißt oft, das sind meistens sehr schöne Uhren, die auch dem Mainstream gefallen, sonst wären sie nicht so beliebt. Das heißt, sie sind gefällig in der Optik, meistens gut gearbeitet mit robusten Werken und von Marken, die eine gewisse Historie aufweisen. Außer beispielsweise Richard Mill, den gibt es ja nur recht kurz, aber er hat es geschafft oder das Unternehmen vielmehr hat es geschafft, einen Hype zu kreieren, um diese Uhren trotz im Prinzip der fehlenden langjährigen, so rum macht es mehr Sinn, Historie dieser Marke. Was ich persönlich nur immer sehr, sehr schade finde, ist einfach, dass fast nur noch dieser Investment-Gedanke zählt. Dieser Gedanke, ich brauche eine Uhr mit möglichst viel Prestige und ich möchte möglichst viel Geld mit dieser Uhr verdienen. Mit Sicherheit sagt niemand nein, wenn er eine Uhr gewinnbringend verkaufen kann. Doch in meinen Augen ist es so, wenn man dieser Uhrenleidenschaft nachgeht, dann sind Uhren ein Hobby und ein Hobby kostet Geld. Und dieses Geld kriegt man auch oft nicht wieder. Selbes Prinzip, beispielsweise ich fahre in Urlaub, ich habe Erinnerungen, ich habe Emotionen, aber den Geldwert dieses Urlaubs kriege ich nicht wieder. Ich kann einen gemachten Urlaub ja nicht irgendwie weiterverkaufen oder so. Genauso ist es auch bei schönem und bei gutem Essen. Ich gehe gut essen, ich habe an dem Abend Spaß, ich erfreue mich daran, dass ich schick essen gehe. Das Geld sehe ich allerdings nie wieder, denn es ist in Form von Nahrung zu mir genommen und damit weg. Und ich finde jetzt den Ansatz schade, Uhren eben nur aufgrund von Prestige oder nur aufgrund von Hype und Werterhalt oder Wertzuwachs zu kaufen. Denn wie schon erwähnt, die Uhrenwelt ist sehr groß. Und warum soll ich mich auf diese Mini-Nische in der riesigen Uhrenwelt fokussieren, wenn es so viele andere Brands gibt, die sehr hochwertige Uhren auch Luxusuhren machen. Auch da ist die Frage, wie definiert man Luxus? Oder eben Mikrobrands, die auch erschwingliche oder sehr ausgefallene Uhren bauen und an denen man sich genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht besser erfreuen kann. Denn auch diese Uhren sind nicht häufig anzutreffen, haben aber eben nicht den Prestige, denn die großen Marken, die großen Modelle, die großen Uhrenfirmen mit sich bringen. Und ich hatte das Thema beispielsweise mal mit jemandem, der mir gesagt hat, warum ich auf meinem Kanal keine Luxusuhren mehr zeige. Und ich habe gesagt, dass das schlichtweg falsch ist. Denn Luxus ist für jeden eine andere Definition. Und er meinte, warum ich kein Rolex mehr bringe. Das stimmt auch so nicht. Rolex bringe ich immer mal wieder, nur eben nicht so fokussiert, weil ich für mich gesagt habe, die Uhrenwelt ist mir einfach zu groß und es ist mir zu schade, mich dann nur auf wenige Marken zu konzentrieren, wenn ich euch viele kleine individuelle oder auch Indie-Brands zeigen kann. Also beispielsweise Parmigiani Fleurier ist für mich eine Luxusuhr oder eine Marke, die Luxusuhren schlechthin produziert. Wenn man nur den Preis und die Uhrmacherkunst zugrunde legt, sind sie weit über Rolex anzusiedeln. Trotzdem haben sie eben nicht die Bekanntheit in der Bevölkerung, sodass bei Mainstream-Publikum gesagt wird, ja, sind ja eigentlich keine Luxusuhren oder sind ja keine bekannten Uhren, sind keine Hypeuhren, deswegen interessiere ich mich nicht dafür. Das ist der Punkt, den ich kritisiere. Für mich ist es wichtig, dass man die Uhrenwelt vollumfänglich wahrnimmt, dass man sieht, es gibt viele verschiedene Uhren mit vielen verschiedenen Vor- und Nachteilen. Hypeuhren sind ein mini, mini, mini Bestandteil der großen, ganzen, bunten Uhrenwelt. Und es ist schade, dass das obwohl in den sozialen Medien als auch auf YouTube häufig darauf beschränkt wird und viele sich darauf versteifen und fokussieren. Um auf die Eingangsfrage also zurückzukommen, was halte ich von Hypeuhren? Ich finde bestimmte Uhrenmodelle, wie beispielsweise die GMT Master 2 von Rolex in der Pepsi oder der Batman-Version sehr, sehr schön. Ich halte aber von diesem Riesenhype, der um solche Uhren entsteht, nichts. Das heißt, die Uhren, davon halte ich sehr viel. Dieser Riesenhype hinsichtlich Investment, Prestige und so. Das ist einfach nicht mein Ding. Davon halte ich nicht viel. Mir ist die Uhrenwelt zu schade, als dass man sie darauf beschränken sollte. Unter anderem, das ist auch ein Grund, warum ich, ihr habt es gemerkt und auch diese Frage kam häufig auf, warum ich mich immer mehr auf Indie-Brands und eben auf Mikro-Brands konzentriert habe. Ich möchte damit ein gewisses Gleichgewicht schaffen und eben medial nicht nur die großen, bekannten Marken zu hundertsten Mal breittreten, sondern auch den kleinen, urmacherisch anspruchsvollen und im Design sehr individuellen Marken eine Plattform bieten. Ja und das ist das, was ich mit diesem kurzen Video im Prinzip loswerden wollte. Die Uhrenwelt ist bunt, die Uhrenwelt ist schön. Nutzt doch vielleicht das neue Jahr, um euch auch mal Absatz dessen, was schon bekannt ist, zu informieren. Es muss einem nicht alles gefallen, aber ich finde, man muss respektieren, wenn auch kleine Marken mit kurzer Historie versuchen, sich was aufzubauen und Fuß zu fassen in der Uhrenwelt und das tot zu schweigen oder zu ignorieren. Das finde ich nicht gut. Wie gesagt, man muss nicht alles gut finden, aber akzeptieren und tolerieren sollte man das auf jeden Fall. Das mal von mir so als kleiner, ich sag mal, Podcast mit Bildern untermalt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, auch so spontane Videos sind mal in Ordnung. Mir war gerade danach, das aufzunehmen und das habe ich hiermit getan. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, freue mich auf das nächste Video, führe mit euch und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.